Hi, mein Name ist Matthias und ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einem neuen Video, worum wir es heute gehen, und zwar um die Zerlegung des Tesla Model Y. In diesem Video fasse ich die wichtigsten Infos zusammen und zeige euch die interessantesten Stellen in Sandy Monroes Filmen. Herzlich willkommen beim Insta-Driver. All right, ja bevor wir loslegen, möchte ich noch gerne eine kurze Umfrage starten. Bist du bereits Elektroautofahrer, könntest du dir vorstellen, in den nächsten Monaten ein Elektroauto zu kaufen, oder sagst du tendenziell, ein Elektroauto kommt gar nicht in Frage? Ja, beantworte das doch hier in unserer Umfrage, ich würde mich freuen. Nun, wer ist Sandy Monroe? Wer ist dieser Typ, der hier ein Model Y auseinander nimmt? Auseinander nimmt, ist das legitim? Hat der wirklich was zu sagen? Nun, wer jetzt denkt, dass hier ein weiterer Tesla-Fanboy vor uns steht, da einfach sein neues Model Y auseinander nimmt, den muss ich enttäuschen. Denn, also lustigerweise, ich habe Sandy Monroe das erste Mal kennengelernt, als er sein Urteil über das Model 3 abgegeben hat, und das war vernichtend. Das ist ein Schmerzendes Auto. Und wir haben zu den Grunde, dass die Tesla-Fanboyen sind, sind definitiv Elektronik-Snobs. Fortschritte, die Fahrt einfach nur mit dem Sachsatzkasten. Du wirst nicht so gut, wie sie öffnen. Ja. Für mich ist das nicht möglich. Ich liebe es. Es tut mir. Die Gäste auf dem Auto sind wie man sie aus dem Mars sehen. Die Stärken, die Stärken auf dem Auto sind einfach nichts, was wir noch nie gesehen haben. Nicht seit den 70ern oder so. Ich verstehe nicht, wie es bis zu diesem Punkt gekommen ist. Ich meine, diese sind Fehler, die wir sehen auf einem Kia in den 90ern oder so. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich für ein Auto, mit dem Produzieren luxuriere Fahrzeuge. Ich kann es nicht vorstellen, wie sie das ausprobiert haben. Also sein Urteil war wirklich verheerend. Seine schlechte Arbeit hat er seit den 70er Jahren nicht mehr gesehen. Doch, das war nur sein erster Eindruck. Er hatte bis dato das Auto nur von außen gesehen, ist damit weder gefahren, noch hat er sich die Konstruktion genauer angesehen. Nachdem er dann beides getan hat, scheint er auch völlig verändert. Das Tesla fahren hat ihm anscheinend gut getan und es hat ihm auch sehr gut gefallen. Er war dann auch ganz hin und weg, als er das Auto zerlegte. Er nennt es ja sogar eine Symphonie der Ingenieurskunst. Er ist wie ausgewechselt und redet plötzlich tatsächlich wie ein Tesla Fanboy. Ja sogar der Cybertruck hat es ihm angetan. Übrigens, CNET hat gerade Zahlen des Owners Club von Cybertruck veröffentlicht, wonach mittlerweile 622.000 Personen einen Cybertruck reserviert haben sollen. Im November, nach dieser spektakulären Präsentation, ein paar Wochen danach waren es so 250.000 meines Wissens nach. Also da tut sich was. Kommen wir zurück zu Sandy Monroe. Also echt witzig, wenn man so sieht, diese 180 Grad Drehung, die er da durchgemacht hat. Doch dieser Typ ist nicht irgendein Typ, sondern dieser Typ hat Credits. Was er in die Hand nimmt oder was er zerlegt, das hat auch Hand und Fuß. Monroe ist ein Autoindustrie-Veteran und mittlerweile CEO von Monroe & Associates. Das ist eine führende Beratungsfirma, wenn es um Produktionsprozesse geht. Also schlanke Produktion und systematisierte Produktionsorganisation. Also im Grunde ruft man Monroe an, wenn man etwas auf die effizienteste Art und Weise bauen will. Und nun hat er sich das Model Y vorgenommen und zerlegt es. Wie er selbst sagt, hat er das Fahrzeug nicht von Tesla bekommen, sondern hat es sich ganz normal gekauft. Das heißt, um seine Glaubhaftigkeit hier zu behalten. Beim ersten Rundgang zeigt es sich diesmal auch schon recht angetan. Er entdeckt zwar einen ungeraden Spalt bei den Rückleuchten hinten rechts, findet die Maße aber insgesamt gelungen. Verbesserungsbedarf sieht Monroe aber dennoch. In einem weiteren Video geht Monroe der Fertigungsqualität näher nach und stellt gleich fest, dass eine Befestigung der Frunk-Abdeckung abgebrochen ist. Als er das Teil dann runter nimmt und wieder anklipst, schließt der Frunk nicht mehr richtig. Ja, es hat ihm auch niemand gesagt, wie man die Frunkhaube eines Teslas richtig zumacht. Nun, er erklärt in einem weiteren Video, warum jetzt in diesem Einzelfall hier die Frunkhaube nicht mehr richtig schließt. Das lag an diesem Fehler von dieser Abdeckung. Die Abdeckung kommt an der Frunkhaube an und deshalb schließt sie nicht mehr richtig. Es dürfte sich aber hier um einen Einzelfall handeln und nicht um einen Serienproduktionsfehler. Ja, auf der Hebebühne geht Monroe dann auf die Aufhängung ein und vergleicht sie auch mit dem von Model 3. Tesla wollte ja so viele Teile wie möglich von Model 3 verwenden, um die Produktion zu beschleunigen und auch zu vergünstigen. In meiner Übersicht über die besten Elektroautos 2020, ich verlinke euch das da oben, gehe ich ja auch kurz auf das Thema ein, dass Elon Musk am Ende dann sich doch entschieden hat, das Model Y auf der Plattform des Model 3 zu basieren. Was wir aber jetzt sehen ist, dass gewisse Teile dennoch verbessert wurden, sowohl in ihrer Qualität als auch in ihrer Effizienz des ganzen Produktionsvorgangs. Wir sehen das anhand dieser Aufhängung. Am Tisch liegt die Aufhängung des Model 3. Beim Stoßdämpfer sieht man, wurden hier zur Befestigung solche Bänder verwendet. Wenn wir uns das dann im Model Y ansehen, sind dort jetzt zwei Schrauben. Die Aufhängung ist im Ganzen ein wenig anders, aber Monroe wird auf das sehr viel genauer eingehen, wenn er sie komplett auseinandergenommen hat. Die Hinterradaufhängung sieht sehr ähnlich aus wie im Model 3. Bei genauerer Betrachtung sieht man auch auf den Querlenkern auch noch die Model 3 Beschriftung. Diese kommen also direkt von der Produktionslinie vom Model 3. Was auch ein smarter Move ist, meint Monroe. Ja, bei der Verkabelung ist Monroe aber hin und weg und er spricht großes Lob für Tesla aus. Denn die Niedrigspannungskabeln sind komplett mit einem Kabelschutzschlauch umgeben. Also sie sind vollkommen eingehüllt. Normalerweise sind diese ja im besten Fall teilweise mit Isolierband abgeklebt oder hier und da eben mit so einem Kabelschutzschlauch umgeben. Aber eben nie komplett. Und Monroe meint, er hat sowas noch nie gesehen bei keinem anderen Hersteller. Die Kabel sind extrem sauber verlegt, exakt platziert und eben umhüllt mit diesem Kabelschutzschlauch. Wodurch es nie zu einem Kurzschluss kommen kann, meint Monroe. Unter Anführungszeichen würde ich diese Aussage dennoch belassen. Außerdem bilde ich mir ein, dass ich diese Schutzschläuche beim Model 3 auch gesehen habe. Aber ich bin mir eben nicht sicher, ob diese wieder nur teilweise waren oder eben auch komplett umhüllt. Weiters gibt es Schnellkupplungen, um sicherzustellen, dass Flüssigkeiten ordnungsgemäß abgedichtet sind und nicht auslaufen. Diese sind zwar teurer, aber eben viel besser, meint Monroe. Er ist ein riesen Fan davon. Monroe zeigt uns auch den Bremssattel, wo Tesla oben steht. In Wirklichkeit handelt es sich aber um ein Produkt von Brembo. Ja, er sagt auch, dass Tesla bereits einige Ratschläge seines Unternehmens erfolgreich umgesetzt hat. Zum Beispiel diese Kofferraumkomponente. Im Model 3 war das noch weitaus komplizierter mit einem Aluminiumstück. Und hier ist es eine einteilige Komponente, die durchaus besser funktioniert. Ja, Monroe will das ganze Auto bis zur letzten Schraube zerlegen. Er ist gerade dabei. Ihr könnt es auf seinem YouTube-Kanal verfolgen. Ich verlinke euch das in der Beschreibung unten. Er will dann auch einen vollständigen Bericht des Model Y anfertigen und einen detaillierten Vergleich zum Model 3 geben. Ja, wir bleiben gespannt. Der CEO von Tesla, Elon Musk, sagte ja mal, dass die Verkabelungsarchitektur von Tesla in Zukunft revolutionär sein soll oder sein wird. Das Ganze soll auch mit dem Model Y starten. Die Verkabelung des Model S ist ja circa drei Kilometer lang. Tesla hat das mit dem Model 3 sogar geschafft zu halbieren auf 1,5 Kilometer. Aber das soll eben erst der Anfang sein, meint Elon Musk. Die zukünftige Verkabelungsarchitektur des Model Y, hat er damals gesagt, soll auf 100 Meter reduziert werden. Und das wäre tatsächlich revolutionär, gerade im Vergleich, wenn man sich andere Autobauer ansieht, aber auch zum Model 3 und zum Model S. Ich bin gespannt, was Monroe diesbezüglich herausfindet. Ich freue mich auch, was er über die Wärmepumpe sagt und was er sonst noch alles finden wird. Interessant ist auch die Gegenüberstellung dann zum Model 3. Seiner Meinung nach ist das Model Y ja bereits jetzt schon, was er bisher gesehen hat, um einiges besser als das Model 3. Das komplette Fazit werden wir natürlich erst haben, wenn er das Model Y komplett auseinandergenommen hat, wie er es hat. Das komplette Fazit werden wir natürlich erst haben, wenn er das Model Y komplett auseinandergenommen hat. Er wird dann die ganzen Bauteile auch sukzessiv gegenüberstellen und sie eins zu eins vergleichen und herausarbeiten, wo die Produktions- und Herstellungseffizienz beim Model Y fortgeschritten ist. Auch wenn wir in etwas turbulenten Zeiten uns gerade befinden und wahrscheinlich auch schwierige Zeiten vor uns haben, gibt es auch in diesen Zeiten gute News. Wir haben jetzt, obwohl in China der E-Automarkt runtergeht, erleben wir in Europa ein Wachstum. Also bisher, wir wissen nicht, wie es jetzt die nächsten Monate sein wird, weil doch die Autoverkaufszahlen sinken werden. Inwieweit das mehr den E-Mobilitätsbereich betrifft, ist schwer vorauszusagen. Aber auf jeden Fall gibt es gute News von Tesla. Die ersten Quartalszahlen sind da und die sind wirklich großartig. Die sind nämlich um 40% besser als die Zahlen von Q1 2019. Nun, ja, man kann auch sagen, die haben ja mit dem Model 3 da gerade begonnen, richtig hochzufahren. Aber es sind tendenziell die besten ersten Quartalszahlen von Tesla aller Zeiten. Obwohl sie nicht an die letzten Quartalszahlen Q4 von 2019 herankommen, aber auch nur knapp. Ja, wir wollen auf diesem Kanal hier wachsen. Darum abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht habt. Verpasst dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und teilt dieses Video in so vielen sozialen Netzwerken, wie ihr nur könnt. Ja, ansonsten wünsche ich euch viel Gesundheit, alles Gute da draußen. Haltet durch. Zusammen sind wir stark und können jede Krise bewältigen. Ja, schaltet ein, wenn es wieder heißt Insta-Driver. Liebe das Leben und fahr elektrisch. Alles Liebe, Matthias. Ciao. ollen schirm